Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Hof Bergmanze. Fässer haben wir geladen. Wir wollen aber noch was wir jetzt noch rissen tun. Was haben wir eben? Zirbelbrote gehabt. Was ist denn das? So. Zwei Kräser haben wir auch fertig. Super. So. Wir schauen mal hinten drauf. Danke. Fein. So. Wie ist denn die? Zack. Ein Hammer. So müssen wir aber Schmablatt formen. So. So. I want to track 3. Ja. So. So. Also Verkauf jetzt hier. Das war's zur Mühle zum Mahlen. Verkauf war der Wintermahl. So. Ich bin vielleicht nicht täuscht. Wenn ich kein Alzheimer hab. Ja. Hier ist er doch. So. Okay. So. der Vorderl ist weg vom Feld, das ist GUE vor dem Winter auch das noch 5 mal bei 4 mal ist es fertig und beim 5. mal haben wir den Rest dann vor dem Feld sehen wir mal was so, ich glaube schon, ja, das heißt das schon ich sehe es doch schon und gucken wo der Schläber steht schön da oben zu stehen die Frage ist er voll aber noch nicht voll das ist eine sehr interessante Frage aber sonst was Großrasen mit Großrasen, also full so, dann lassen wir mal abtanken hier so, die Kräder fahren wir mal schon mal rum zum Hofladen die müssen wir mal gespannen und das ist noch ein sehr, wahrscheinlich und zack wieder ein Stück vor und zack Falsches hast du noch mal und zahmest du dann stellen wir jetzt hier so hin so ich habs mal den Trasher rein Klappen rein, Klappen zusammen und weiter gehts 3-Bahn haben wir jetzt ich muss hier aber eigentlich reichen manche haben uns vergessen soo 15 soo und zack oh schon mal GBS da soo ich hab noch schön Trasher erstmal mit reingenommen aber es ist ja auch noch viel 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 Geld soo noch ein paar an Schwurzeln dann da gehts los ich hab das soo als hätte das normal stellen hier Ich hab das soo 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 Ja, ich kann die Gummimierer. Die ist noch ganz sehr gelähmt. Na ja, passt das hin. Ich will jetzt vor der Strecke einmal die Hälfte. Ich habe da schon wieder den Schlenker nochmal mitgezählt. Oh, wir bekommen das hin. Oh, wir bekommen das hin. Oh, das ist schief. Moment, ich will den Filter. Oh, 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 ich will den Filter fashion. Ich will den Filter machen. Ich will den Filter machen. Ich will den Grill. Die Vorken haben einen roten Ditzel geläând. Ich will den Filter nennen. Ich will den Berg, der da unten festhalten. Geht dir das gleiche aus. Ich habe das geschafft. Ich werde das nicht so gut. Schöne. Danke. So, folgt in der Spur, unhoffene Uhr ist das nächste Mal auf Weltbewerbte. Da ist zugehangen, leider ist schon da kaum noch zuvor wie im März. So, folgt in der Spur. Gucken wir mal nach meinem Feld. Du machst das jetzt mal im Shop, was mich der Thrasher kosten würde. Hier haben wir mehr Thrasher. Ich habe schon gar nicht drin, oder? Doch, ja. Das ist schon eine Standardausführung. 400.000. So, dann haben wir hier. Ne, das ist nie. Agrar, das wollen wir nicht, weil das so haben. Glas-Logo. So, muss ich doch gar nicht mit dem Bandschneidwerk vorn. Okay, bald haben sie jetzt verbares. Design, stimmt. Ne. Und GBS noch. Da sind wir bei 400.000. Das ist noch eine Hausnummer. Da ist nur der Thrasher. Da ist noch kein Schneidwerk dabei. Das ist hier. Ich werde es nicht. Dann dreht uns. Das ist für die M ethische. Dann verteile ich einen, ne. Das verwirren. Ich würde es nicht mehr so, wenn es noch nicht mehr so hat. Ich würde mal WORK oder so weiter machen. Ich würde es nicht mehr so schnell machen, oder was noch. aber gerade so weit sie haben wir noch nicht ich bin schon nicht so weit halt zack 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 Das war's für heute. Das muss man nicht. Wird verschneit. So. So, halt. Zählt der, der das noch zählt. So, klappen wir rein. Und weiter gehts. So, so. So, so. So, so 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Und das geht's. Manchmal wird er mehr als CP, da könnte ich mehr machen, bringt Saudi. Wir haben jetzt von der 1.500 zusammen geschnurrt. Einzelarbeit schafft jetzt, wie man schon sagt. Das nächste ist zu streben auf das Feld 5 an, wenn wir das Feld in die Hofnähe haben. Ich muss gucken, die Kostum 400.000 ist fast ein Traschenlasen größer. Am ersten Mal Angriff genommen wird, Feld 5. Und eventuell die Wiese, wenn man berufler wird, der Grasbein sonst machen kann. Dann müssen wir aus der BDA kaufen. Also grober Ablaufplan, Feld 5, BDA und das Nebfeld hier in das Nachbarfeld, die Wiese. So ist jetzt erst mal der Plan. Aber die Pläne können ja ganz schnell über den Haufen geworfen werden. Ich hoffe, dein Deutsch drauf vom Pfalz. Mein Deutsch schreitelt doch zum Himmel. Aber egal, steh ich drüber. Krabbitsch-Auge, aber das macht nix davon. Ja, ein paar Schiebeerste können wir bis kein Brom und Gas geben. Und wenn ich gleich mal wieder hochsitze, ich muss schon mal einen Schluck zur Fuß nehmen. Abedurchsit. Abedurchsit. Ein bisschen kleiner Spitze. Ich bin so schön, dass ein Trayder hier zu läuft da unten. Wenn ich das richte als die nächste Bahn wahrscheinlich die letzte Bahn, die wir in der vollen Länge von der Stode fahren. Ich kann mich aber auch täuschen. Okay. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020